So, also der Trocco, den fange ich sehr flott an und dann werde ich immer langsamer. Und so hast du dann den Überblick. One, two, two, two. Oh, langsamer. Oh, von vorne langsam. Und wieder halbwegs schneller. Und noch zum Schluss. Und zwar ist das ein Offbeat. Das heißt, du machst zwei Taps und zwei Töne nacheinander. Also Taps sind die stumm gespielten Schläge, ohne Ton. Wie Katzenpfoten. Zwei von denen und zwei Höhen. Das heißt mal schneller. Zwei von denen und zwei Töne nacheinander. Boom.